Die BSR ist für mich ein soziales, familienfreundliches und sicheres Unternehmen. Hallo, ich bin die Cindy aus Marzahn, 53 Jahre alt und ich arbeite hier im Spreebogenpark. Also ich fange um halb sechs an, nehme mir das Auto und fahre eben die ganzen Flächen ab. Dann fangen wir mit einer Seite an, die Körbe zu machen. Wir sammeln den Müll auf, der noch so rumliegt vom Vortag. So die Kaffeebecher to go, Hundekot-Tüten, die Verpackung vom Essen. Dann machen wir das Grün unter den Bänken und eben die Flächen, die wir zu bearbeiten haben, dass eben das Unkraut beseitigt wird. Ja, ich war vorher bei Dussmann elf Jahre lang und bin dann 2010 zur BSR gegangen, um mich nochmal zu verändern, um nochmal andere Perspektiven zu sehen im Leben und man eben weiß, dass das ein sicherer Arbeitsplatz ist. Tolle Kollegen und bei dem Wetter hier draußen zu arbeiten ist eben besonders toll. Ich meine, es gibt auch Tage, die nicht so schön sind, aber wir haben ja alle gute Kleidung. Ich bekomme auch irgendwie nicht genug davon. Ich versuche jedes Wochenende oder in der Freizeit draußen zu sein. Familie ist mir auch sehr wichtig, Firma Oma. Ha, 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 ha.